Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Hot Sky Wir haben inzwischen kranke Bäume aber die brauchen wir Da reichen uns auch erstmal zwei dann brauchen wir gar nicht erstmal krank machen brauchen wir nur was um die Nacht überspringen zu können also ein Bett und um uns Thieves zu bauen da verabschiedet sich das Ding schonmal können wir gleich einen neuen bauen ich glaube ich alle erstmal in die Dinger bauen haben wir mal ein paar am Vorrat genau reichen sogar geht so alles schön auf und da haben wir sie auch schon die Nacht jetzt muss ich mal gucken kann ich daraus wollen bauen nicht kann ich mich das ist doch auch nicht um und jetzt müssen wir noch was holen mit dem Backbone können da wir uns in der Nacht erstmal verabschieden können und dann wir brauchen nur ein Bett erstmal nicht zwei die können wir so nicht hinsetzen aber wir können die hier hinsetzen so und dann gehen wir schlafen und dann ist auch schon die Nacht vorbei so jetzt reicht uns da machen wir auch gleich die Teile für ein paar brauchen wir davon schon das dürfte eigentlich ein bisschen zu viel gewesen sein aber 3,4,5 brauchen wir glaube ich nur einfach ein bisschen zu teilen also Das ist so und jetzt kommen wir uns jetzt hier, damit wir an jetzt muss ich mal gucken, wie das hier gebaut wird und jetzt ein kleines so machen wir hier noch jetzt haben wir vier davon vier reichen glaube ich erstmal so sieht erstmal ganz unschön aus, aber es ändert sich noch gut, wir können die Nacht überspringen, also dementsprechend könnten wir auch hochbauen jetzt schmeißen wir noch unsere Siebnetze rein so jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, damit wir Sand durchsieben können, dementsprechend können wir Steine kriegen Cubblestone, das heißt, der nächste Schritt, den wir machen können, wäre ein Cubblestone-Generator dazu müssen wir zwar noch ein bisschen wir brauchen noch Lava und Bornmehl also Bornmehl und ähm, Kies, glaube ich, wartet aber dürften wir das Sieben rauskriegen, ne? so jetzt haben wir alles abgeflüchtete auch nicht, hier haben wir noch siebzehn Stück, wollte schon sagen jetzt haben wir natürlich keine Erziehts übrig gelassen wir sollten einen immer wegpacken, damit wir immer welche haben für den Notfall dann können wir die in Erde oh, Erde ist auch schon fertig, das ist schön ja, das war es schon wir könnten ne, den Apfel brauchen wir 28 Steine haben wir dann können wir uns mal nicht ein Axt bauen, ne? was ist das hier eigentlich ein Ring des Magnismus ok der Agoxi Birkenzit haben wir auch schon hm dann machen wir uns erstmal die Steinachs definitiv dann können wir nämlich schneller mit Holz entfernen und kommen schneller voran eigentlich könnten wir uns hier mittig hinstellen und hoffen, dass wir alle ein bisschen dran kommen da will ich doch jetzt will da und schlau durchbrechen hier bevor die Franken werden will und bitte noch lasst die schlau durch schlau durch die wenn wir die sind So, dann nehmen wir unsere Steinachse, dafür haben wir sie ja und in Sorgen gleich alles. Und weiter geht's, das Wachstbäumchen wachst, wenn sie mehr Steine haben, ich muss mal die Mokel leise machen, ob die stört nachher? Naja, ich kann sie nicht so ganz aus machen, aber wir müssen nachher mal gucken, ob ich da denn zufälligerweise noch Musik rüberlegen kann. So, das ist übrigens einer ist noch nicht gewachsen und dann haben wir wieder ein Stack. Und damit kriegen wir jetzt glaube ich alle Börs voll, ne? Jetzt kriegen wir alle Börs mit voll. Wundervoll, es läuft bei mir. So, dann gehen wir schnell durch, Steven. So, Hammer. Können wir schnell zu Kuppelstunden machen. Haben wir 11. Jetzt brauchen wir einen Hammer. Oder können wir Kuppelstunden machen, ja klar. Der hält doch gleich ein bisschen länger. Ich werde jetzt mal ein bisschen länger halten auf jeden Fall. Überlege gerade, um Bonn mehr zu kriegen, müssen wir Kies haben, oder? Da kommt wohl jetzt also das. Wollen wir den denn nicht? Wollen wir den denn nicht? Okay. Wollen wir das nicht mehr zu tun? Nein. Was ist denn? So, jetzt schieben wir das so schnell mal durch. Jetzt sollten wir das haben, genau. Und jetzt können wir das durchsieben, dann kriegen wir definitiv Knochenmehl. Warum übrigens siebenmal Knochenmehl insgesamt. Und wir haben gar kein Knochenmehl bekommen. What the fuck. Ist ja sehr anstrengend jetzt. Ich dachte, ich hätte mehr Eisen. Gut, wo wollen wir denn da verlangen? So sehen wir, ob er tut. Gut. 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 wieder mal die möglichkeit dass das alles automatisch getrennt kennen ist auch gut wenn wir uns eine wasserquelle machen mit der wasserquelle die möglichkeit ich glaube die melonen wachsen schneller ich wünsche euch übrigens allen frohe weihnachten weil wenn die folge rauskommt dann haben wir nicht weihnachten also 24 dezember die folge sollte jetzt am 23 rauskommen so machen wir gleich wieder neue erde so alle klappt hören wir jetzt mal früher auf weil ich habe jetzt noch was zu tun gleich auch natürlich die nächste folge zu machen wie gesagt drei vor produzieren aber nicht jetzt ich wünsche euch dann einen wunderschönen abend einen wunderschönen morgen je nachdem man sich so sieht wenn ihr die glocke markiert habt und es gleich seht habt ihr natürlich einen vorteil gegenüber anderen also immer schön an die glocke denken wer es noch nicht getan hat dann gerne abonnieren und natürlich ein leichter oben nicht wissen däumchen wir ein träumchen alles klar leute tschau ich bin raus alles klar leute